hallo guten morgen liebe studenten und studentinnen ich bin gerade im urlaub und habe ein bisschen zeit zum überlegen und ich würde gerne jetzt zum herbst hin unser 4m agentur team verstärken das heißt wir suchen zurzeit suchen wir fähige leute aus dem bereich programmierung grafik und webdesign wir suchen seo spezialisten wir suchen blogger und text darinnen die frei an uns andocken wollen und wenn ihr liebe studenten in der ein oder anderen bereichen oder in den bereichen vielleicht nicht so ganz viel zeit können wir uns auch gerne darüber unterhalten wie wir euch fit kriegen welche möglichkeiten der fortbildung es gibt wenn er länger bei uns als fest freier andocken wollt überlegt euch mal wo er herz hängt wollt ihr in den bereich des marketing gehen wollt ihr in den bereich des content management gehen seid ihr kreativ wollt oder könnt ihr texten wollt ihr ein bisschen was von seo mitbekommen ja dann meldet euch einfach bei mir in meiner agentur bei mir oder bei meiner partnerin petra körner die adresse blende ich euch dann unten hier ein wer mich direkt anrufen will die nummer ist 0171 358 2159 diejenigen von euch die aus österreich anrufen die 0049 vorneweg nicht vergessen überlegt euch ob er lust habt bei uns anzudocken als freier als fest freier und ob er dabei sein wollt wenn wir unterschiedliche teams für unterschiedliche aufgabenbereichen aus dem kreativ bereich von agenturen aufbauen wollen ja das war's schon wieder ich werde mich jetzt hier dem fröhlichen nicht tun noch ein paar tage zu wenden und es würde mich freuen wenn sich ein paar bei euch mit von von euch melden und wenn wir dann eben aus handeln können wie oft ihr zu uns kommt wie die bezahlung aussieht welche vorstellungen ihr habt und vor allem wo ihr in zukunft hin marschieren wollt und diejenigen von euch die vielleicht ihren bachelor oder ihren masterarbeit jetzt noch vor der türe stehen haben vielleicht kann man das ein oder andere auch gemeinsam miteinander verbinden also würde mich freuen wir suchen ein paar leute ein paar lustige die zu uns passen und die unserem stil folgen und ja ich würde mich freuen von dir zu hören und bis denne danke fürs zuhören euer peter tschüss und einen schönen tag